Mein Name ist Loredana, ich bin Künstlerin, ich bin 26 Jahre alt und bin alleinerziehende Mama. Ich hatte sehr oft Momente, wo ich dachte, kann ich das, also schaffe ich das? Kann ich zeitgleich erfolgreiche Rapperin und Mutter sein? Kann ich nachts im Studio an neuer Musik arbeiten und am nächsten Morgen für Hannah da sein? Kann ich allen zeigen, was wirklich in mir steckt? Was mich daran glauben lassen hat, dass ich es kann, ist meine Tochter. Seitdem die auf die Welt gekommen ist, ist es für mich einfacher geworden, diese Herausforderung anzunehmen. Das Gefühl, wenn man weiß, dass du es kannst, ist unbeschreiblich, weil dann kreierst du ne gewisse Macht und dann weißt du, okay, das hat funktioniert, also muss das andere auch funktionieren. Wenn das andere dann funktioniert, dann wird's richtig krass, dann kannst du eigentlich nicht aufhören. Ich glaube, das hat mich so festgehalten, dass ich es schaffe und dass ich es kann, deswegen keep your head up. Can I? Ich kann.